Hallo, bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, ja, bin ich, bin ich. Okay, bist du vegan? Nein, bin ich nicht. Ich bin noch nicht vegan, weil ich bin gerade dabei, relativ viel Sport zu machen und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich rein vegan ernähre, dass ich nicht diese Fortschritte machen kann, die ich mit Fleisch machen würde. Ja, damit können wir arbeiten. Ähm, nicht die Ziele oder die Erfolge erreichst, die du mit Fleisch erreichst. Genau, und dagegen können wir, also wir können da auf zweierlei Wege, ich glaube, ich mache das auf zwei Wege. Erstens kann ich dir natürlich zeigen, dass du es moralisch nicht verteidigen kannst und zweitens kann ich dir einfach zeigen, woran es liegen könnte. Ähm, ja, da du es okay findest, Tiere zu essen für was auch immer, kannst ja jeden Grund ausdenken, den du möchtest, aber du findest es wahrscheinlich nicht okay, Menschen zu essen. Ist das korrekt? Äh, ja, korrekt. Ja, dann nenn mal den Eigenschaftsunterschied, warum man Tiere essen darf und Menschen nicht. Ähm, weil ich sagen muss, dass es für mich unmoralisch ist, Leute von derselben Spezies zu essen. Ja, vor allem, wenn es eine Spezie ist, die sehr viel höher gebildet ist als die meisten anderen. Und, ja. Mhm. Gut, dann ist der Eigenschaftsunterschied, den du genannt hast, Spezies Mensch und dieser Eigenschaftsunterschied macht sich fest an der DNA, also man kann ja testen, wenn jetzt Aliens hier hinkommen würden mit einem Raumschiff und man würde das sehen und man nimmt dann die Aliens und die sehen eins zu eins aus wie wir, dann würde man die im Labor testen an Blut oder an Hautfasern oder Haare, was auch immer, es reicht alles aus. Ähm, und würde feststellen, dass sie zum Beispiel keine Menschen sind. Also Spezies Mensch macht sich an der DNA fest. Und das ist der Eigenschaftsunterschied? Genau. Also, ähm, wenn jetzt, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, wie ich jetzt auch schon gehört hab, wenn man, ob man die Menschen, die den, also die verändert wurde und nun keine Menschen mehr sind, dann, ähm, würde, ähm, würde im ersten Moment, würde der ganzen Welt, äh, Skepsis, äh, sein, weil, ähm, man nicht genau weiß, was mit denen jetzt ist, aber ich würde sagen, wenn man jetzt zum Beispiel mit so welchen Menschen allein auf einer Insel ist, dann wären, äh, diese genau die ersten Personen, die, ähm, geopfert werden, um, um zu überleben, da man, ähm, moralisch davon ausgeht, dass sie halt kein Mensch mehr sind. Mhm. Und du hast die ganze Zeit gerade deskriptive Aussagen gemacht, also du hast die ganze Zeit Sachen beschrieben, äh, hilft mir nicht weiter, da ich normative Aussagen brauche, weil nur normative Aussagen sagen mir etwas über deine Moral. Also normativ heißt, wie etwas sein soll. Anstatt, was du gerade gemacht hast, du hast gerade Sachen beschrieben auf einer einsamen Insel, ne, da sind Menschen, da sind diese Aliens, du halt beschreibst etwas, das sagt mir nichts darüber, ob es für dich richtig oder falsch ist. Deswegen also der Eigenschaftsunterschied ist Spezies-Mensch, also darf man, ähm, ein hypothetisches Szenario, wo, ähm, bei einer Million Menschen sich die DNA verändert durch, äh, ein Virus und die werden zu, ähm, Wesen den Hasenohren wachsen, äh, darf man die, äh, essen? Ähm, ich würde sagen, es kommt drauf an. Was? Wenn man, äh, wenn es kommt drauf an, ob, ähm, ob sie friedlich sind, ja, oder, Entschuldigung, nicht so, sondern es kommt drauf an, ob, äh, wie, ja, wie sie sich verteidigen, was sie, ähm, der Menschheit bringen können. Weißt du, wenn zum Beispiel eine Kuh, die kann jetzt zum Beispiel, was kann sie, was kann sie, die, das, was der Menschheit weiterhilft? Mhm, das wäre dann aber der nächste Eigenschaftsunterschied, dann wäre der Eigenschaftsunterschied nicht Spezies-Mensch, sondern etwas zur Gesellschaft beitragen. Aber, das können wir gleich machen, also erstmal musst du die Frage beantworten, äh, diese Wesen, die, ähm, ja, okay, machen wir es im Trade-Stack einfach, ähm, nichts, äh, beitragen können zur Gesellschaft, ähm, darf man diese Wesen, die sich verwandelt haben zu den, äh, menschenähnlichen Wesen mit Hasenohren, äh, die sind so geistig degeneriert, dass sie nicht zur Gesellschaft beitragen können. Die stehen einfach nur da, gehen herum und, genau, grasen halt, äh, darf man die durch den Fleischhölf drehen? Äh, ja. Okay. Alles klar. Also bist du da logisch konsistent, also sobald man, äh, Moleküle im Körper verändert, sodass einem Hasenohren wachsen, man auf, geistig auf dem Niveau eines Tieres ist, dann hat man jegliches Lebensrecht urplötzlich verloren. Ja, alles klar, dann, äh, soviel dazu, ist halt eine fürchterlich abartige Einstellung, also, dass man nicht irgendwie irgendwelche Lebensrechte denen zuspricht, weil die zum Beispiel eine Wahrnehmung haben, weil die Schmerzen empfinden, weil sie schreien, weil sie Kinder kriegen können, irgendwas, weil sie, ja, das Leben leben wollen, genauso wie du. Aber alles irrelevant, ne, man braucht einfach nur, äh, den Hasenohren geben und die dumm machen und dann kann man die aufessen. Abartige Einstellung, aber ja, kann man nichts machen. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch und... Ich hab, ich hab noch eine andere Frage. Ja. Nämlich, ähm, wenn man jetzt vegan leben würde, alle Menschen auf der Welt, wie würde man, äh, das Ressourcenproblem dabei lösen? Wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, ähm, man müsste dann ja sehr viele mehr Plantagen und alles auffflanzen. Nein. Und, ähm, ja. 75 Prozent aller Landflächen auf dem Planeten würden frei werden, wenn sich alle vegan ernähren würden. Ihr versteht irgendwie, ihr Nicht-Veganer versteht irgendwie nicht, ich weiß nicht, das kommt ihr nicht drauf. Ich frag mich immer, wie man zu so einer Schlussfolgerung kommen kann, dass man mehr Fläche bräuchte. Äh, die Tiere, die ihr esst, was essen die? Pflanzen, die muss man anbauen. Eine Kuh frisst 50 Kilo am Tag. Man muss eure Tiere füttern. Es werden 150 Millionen Landsäugetiere pro Tag umgebracht, weil Menschen essen wollen. Und diese Tiere muss man füttern. Deswegen, wenn alle Menschen, ich kann dir das Paper zuschicken, das wissenschaftliche Paper mit sich verschiedenen Seiten, natürlich nur auf Englisch. äh, das berechnet hat, dass 75 Prozent aller Flächen, Ackerflächen auf der Erde frei werden würden, ja. Weil, wenn die Menschen sich alle vegan ernähren würden, was einfach nur logisch ist, weil man diese ganzen Tiere nicht mehr hätte, die nicht mehr diesen Platz brauchen, wo die stehen, nicht mehr ihre Unterkünfte brauchten und du das ganze Futter nicht mehr anbauen müsstest. Also es würden gigantische Flächen frei werden. Also so groß wie, wie, äh, mehrere Länder. Mhm, ja. Okay. Äh, sollst du noch Fragen? Ähm, diese, in den meisten, ähm, veganen Produkten. Die, die haben ja meistens, da kann man ja, da wurde ja viel dran rumgeforscht, weil, äh, damit man vielleicht zum Beispiel dieselben Nährstoff dadurch generieren kann. Und wie, wie, wie viel, ist da Chemie und alles, kann man das unbesorgt essen oder gibt's da auch so Chemikalien, wo man sehr aufpassen soll? Ähm, das Einzige, also, da kann man mit Logik wieder dran gehen, du gehst in die Wissenschaft und guckst dir an, äh, wer sind die gesündesten Menschen, äh, die Veganer sind die gesündesten Menschen. Und, äh, ja, ich kann dir, ich kann dich mit Studien damit zuwerfen, ich hab ja ein Studiendokument, das sind 59 Seiten Studien, also so 500, 600 Stück. Und, äh, man braucht sich keine Sorgen machen um irgendwelche Chemie, äh, das, was einen die Gesundheit ruiniert, das sind Tierprodukte, das sind die Inhaltsstoffe in Tierprodukten. Heemeisen, Cholesterin, tierisches Fett, tierisches Protein, Viren, Bakterien, Wachstum, Verbrauch. Weil man zu viel davon isst. Ja, wow, 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 weil man zu viel davon isst. Äh, du kannst auch rauchen einmal die Woche und dann wird dir auch nichts passieren. Ist deswegen rauchen gesund? Nein, das hat ja noch was anderes, das hat noch was anderes damit zu tun, dass der Tabak und alles, ähm, auf Dauer deine Lunge schädigt. Ja, wow, und das tun Tierprodukte nicht. Äh, deswegen haben wir Studien, Studien über Jahrzehnte, die zeigen, was Cholesterin, Heemeisen, tierisches Protein, tierisches Fett, Viren, Bakterien, Wachstumsfaktoren, exogene, endogene Hormone in deinem Körper machen. Wenn man nebenbei noch Sport macht, dann, äh, verarbeitet das der Körper ja auch wieder. Und wenn man, ähm, äh, wie soll ich sagen, da ist mir gerade wieder nicht mehr im Kopf, ähm, wenn man Sport macht, dann verarbeitet der Körper das. Und man, ich bin, ja, es stimmt, dass, ähm, vegan sein sehr, ist auch gesund, ja. Ja. Und, ähm, ja, aber ich finde auch rein vegan, ich hab's noch nicht ausprobiert, ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach denke ich, dass, ähm, äh, dass man nicht den Lebens, ähm, ähm, äh. Ja, tut mir leid, mir fällt's nicht mehr ein. Okay. Ja, was ich dir vorschlage, ist an deinem moralischen System zu arbeiten, weil es völlig hinüber ist, bis zum Gehtnichtmehr. Ähm, äh, äh, du, ach ja, laut deiner Logik müsste es dann natürlich auch okay sein, Haustiere zu essen. Das sind ja keine Spezies Mensch und die können nichts bauen. Also Haustiere, das ist, ähm, in manchen Ländern, äh, China zum Beispiel, da werden Hunde und Katzen, das sind typische Haustiere, werden gegessen, aber ich würde jetzt, mein eigenes Haustier würde ich nicht essen, weil ich zu diesem Haustier eine emotionale Bindung gestärkt habe und erstellt habe. Mhm, darf man streuende Hunde und Katzen essen? Sie werden, in manchen Ländern werden sie gegessen. Mhm, das war nicht die Frage. Und, ähm. Darf man streuende Hunde und Katzen essen? Darf, dürfen, ja. Dürfen, laut deiner Moral, ich rede ja nicht mit dem Gesetzbuch. Ja, ich würde das jetzt selbst nicht essen, aber ich werfe jetzt auch niemanden, ja. Die Frage ist, ob du moralisch okay damit bist, dass streuende Hunde und Katzen gegessen werden. Ja, bin ich. Alles klar, ja, ich bin gelacht, ja, ja. Kommt ja folgt ja aus dem, was du zu Menschen gesagt hast, also DNA verändern, die degenerieren und dann darf man sie durch den Fleischhaut drehen, passt ja gut. Okay, ja, dann vielen Dank für das Gespräch und, äh, schönen Abend noch. Ich hoffe, du arbeitest in deinem Moralsystem. Zum Moralsystem, ciao. Eieiei, da kann ich glauben, dass jemand sowas wirklich sagt. Oh Gott. Oh je. Auch das mit den Haustieren, das muss man sich mal im Kopf vorstellen. Du hast ein Haustier und du bist nicht okay, dass man das isst, weil du eine emotionale Bindung dazu hast. Aber du bist okay, wenn man keine emotionale Bindung dazu hat. Oh mein Gott. Wie kann es sowas geben? Wie geht man nicht hin und sagt, guck mal, ein Hund, der leidet, welchen auf den Schwanz drauf dreht, dann fängt er an zu jaulen. Der leidet, der hat eine Wahrnehmung. Der spielt mit seinen Kameraden und sowas. Der hat einen Charakter. Deswegen bin ich, der hat einen Lebenswillen, deswegen bin ich dagegen, dass man ihn durch den Fleischwolf dreht. Oh je. Bitter. Bitter, bitter, bitter Pille. Bittere Pille. Bittere Pille. Bittere Pille. Bittere Pille. Bittere Pille.